Durch die gute Kooperation und Zusammenarbeit mit Bekelin, die auch sehr professionell war, hatten wir die Möglichkeit, dass wir in 18 Monaten auch wirklich so einen Reifen entwickelt hatten. Wir haben ungefähr zwei Wochen gesehen mit den Essayeur AMG gesehen, um die letzten Fahrten zu testen. Es ist sehr wichtig, dass der Mechelin-Testfahrer das spürt, was man als AMG-Testfahrer spürt und dass man auch das näher bringt, was wichtig ist für den Reifen, dass er genau weiß, welche Funktion der Reifen haben muss, an welcher Stelle es noch nicht passt, wo man verbessern muss. Ich benutze jeden Räumen als eine Möglichkeit, um ihn zu sehen, 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 was er zu sehen, was er sieht, was er und was er erreicht hat, in terms der Leistung. Fert dieses Geschäft, und vor allem, um eine fantastische Fahrt zu fahren, wie die MG-GT-R, auf einem sehr mythischen Fahrt, wie die Nürburgring-Nordschleife, ist wirklich ein Spaß, und es ist sehr spannend, auf dem technischen Geschäft. Es macht sehr viel Spaß, ich würde nie einen anderen Job wählen als dieser.